So, und jetzt habe ich, es gibt ja fast nur Highlights auf so einem Event, ja. So ein Lounge-Event ist ja was ganz Besonderes und da haben wir natürlich für euch auch ganz besondere Überraschungen. Aber erst mal zu einer Person, die ich seit nunmehr, ja, auch, es geht schon bald in Richtung 16, 17, 18 Jahre kenne. Sorry. Genau, wir sind ja hier virtuell zusammen, die ich seit, ja, 16 Jahren schon kenne und die extrem immer ihrem ganzen Leben das Thema Kosmetik wirklich gelebt hat und auch ausgestrahlt hat und sich mit unglaublich vielen Sachen beschäftigt hat. Ob es jetzt Brands waren wie Jean-Paul Gaultier oder Chanel, wo sie viele, viele über 20 Jahre auch gearbeitet hat. Ihr Traum war immer etwas ganz, ganz, ganz Besonderes zu machen. Und die Audrey Göbel, die Frau unseres CEOs, Dr. Sven Göbel, hat da wirklich ihr ganzes Herzblut und ihre ganze Leidenschaft reingesteckt in diese Marke. Sie ist Director of Product and Brand Development und um es einfach mal in Deutsch zu sagen, sie ist Herz und Seele unserer Hans und Heidi Produkte und hat Schweiß, Blut und Tränen da reingegeben und hat was entwickelt, was wirklich, ich sage es, Experten fasziniert, was uns Top-Adressen bringt, was unsere Partner glücklich macht, wo wir super Feedbacks bekommen und freut euch jetzt auf einen ganz, ganz, ja, wichtigen Teil, tollen Teil mit unserer lieben Audition. So, jetzt, hallo zusammen. Also, vielen herzlichen Dank, lieber Gerhard. Ja, und ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen Abend zum offiziellen Online-Lounge. Wow, ich bin total begeistert, dass die Technik so weit steht, habe ich mir gerade gedacht. Okay, aber wir kriegen das hin. Und ja, ich habe mich genauso wie ihr alle mega auf den heutigen Tag gefreut. Eineinhalb Jahre ist es her, nach unserem großen Opening in Frankfurt und dem Produkt-Lounge unserer Gesichtspflegelinie Hans und Heidi. Und ich darf heute ein neues Produkt vorstellen. Also, ich bin mega, mega aufgeregt und freue mich riesig, dies gleich tun zu dürfen. Und es ist nicht irgendein Produkt, es ist ein ergänzendes Produkt, das absolut einzigartig ist und auch eine ganz neue Zielgruppe anspricht. Und ich weiß, dass viele schon länger drauf warten. Viele, die mich kennen und damals bei dem Opening dabei waren, die wissen, was ich damals gesagt habe auf der Bühne. Wenn ein neues Produkt kommt, dann muss es einfach 110% Wow sein, damit ihr den Wow-Effekt auch fühlen und sehen könnt. Doch bevor ich gleich das Geheimnis lüfte, möchte ich ganz kurz über Hans und Heidi sprechen. Was macht eigentlich Hans und Heidi so einzigartig? Und warum ist die Marke auf dem besten Weg, sich als World Class Brand zu positionieren? Mit unserer Premium Skincare Hans und Heidi für Sie und ihn positionieren wir uns als moderne und exklusive Naturkosmetikmarke, die vegan und schadstofffrei ist. Wir sprechen hier von einer absoluten Weiterentwicklung der klassischen Naturkosmetik, die durch hautaktivierende und multifunktionale, das heißt Wirkstoffe, die mit einem Mehrfachdutzen haben, mit dem Ziel, die unterschiedlichsten Hautzuständen bzw. Hauttypen in ihr natürliches Gleichgewicht zu bringen, indem sie die Haut nicht nur regeneriert, sondern auch gleichzeitig schützt, befeuchtet, glättet und verfeinert, um uns möglichst lange an einem klaren, gepflegten und frischen Hautbild zu erfreuen. Das wollen wir doch alle. Dabei sprechen wir alle Sinne an, durch unsere natürlich sanften Duftessenzen auf der einen Seite und natürlich leicht beduftet in Anlehnung an den Duft des Schweizer Frühlings. Was sonst? So, dass sich jeder das Gefühl von etwas Schweiz mit dem reinen Bergwasser, mit den kraftvollen Pflanzen, mit den Blüten und Kräutern und der frischen Bergluft in sein heimisches Bad holen kann. Mit Hans und Heidi schenken wir uns luxuriöse Baumomente für zu Hause und gleichzeitig ein frisches, gesundes und strahlendes Hautbild. Basierend auf der Schweizer Spitzenbiotechnologie arbeiten wir in Hans und Heidi mit pflanzlichen Stammzellen und kraftvollen natürlichen Inhaltsstoffen, kurzkettige, langkettige Höhleronsäuren, leichten und pflegenden Ölen und Antioxidantien, die unsere Hautbarriere stärken und gleichzeitig aber auch schützen. Aber auch innovative und ausgezeichnete Wirkstoffe wie Astaxantin oder Infragard sorgen dafür, dass unsere Haut durch lichtinduzierte Hautalterung durch Smartphone vor Blaulicht schützt, sodass die bösenfreie Radikale erst gar keine Chance haben, unsere Zellen altern zu lassen. Hans und Heidi inspiriert mich nur durch die Top Schweizer Qualität, wo wir gesagt haben am Anfang, das muss einfach das Beste vom Besten an Inhaltsstoffen sein, sondern auch die Liebe zur Schweizer Natur, aber auch zum urbanen Lifestyle. Eine Verbindung zwischen Natur, Technologie und Nachhaltigkeit. Und dabei werden möglichst alle Sinne angesprochen. Wie die meisten wissen, war uns das sehr wichtig. Der Geruchssinn, die Haptik, die Optik, die Story dahinter mit Strong like me, Beautiful like me. Du bist schön, so wie du bist. Du musst dich nicht vergleichen mit anderen, sondern finde deine eigene Schönheit. Und das natürlich adaptiert auf unsere Hautpflege, um deinen natürlichen V-Faktor hervorzubringen. Dieses Hautpflegeerlebnis bestätigt ihr Tag für Tag und eure Kunden. Und wir sind dankbar und freuen uns sehr, dass ihr eure Erlebnisse mit Hans und Heidi so liebevoll und spannend auf Social Media mit uns und der Welt teilt. In den Medien stoßen wir momentan auf großes Interesse. Der Andreas hat es schon gesagt, wir sind in vielen Magazinen. Mittlerweile sind es übrigens über 30, wie zum Beispiel in der Freundin, in der Brigitte. Wir waren zweimal in der Gala, in verschiedenen Spa und medizinischen Kosmetikmagazinen, im Swiss Board Magazin sogar und viele, viele mehr. Ganz aktuell, und da sind wir alle besonders stolz, sind wir in der Inside Beauty. Das ist das Top Magazin der Beauty-Branche, das derzeit deutschlandweit in allen Parfümerien und Kosmetikstudios zu finden ist. Und wahrscheinlich habt ihr das gestern schon gesehen auf Hans und Heidi in einem Post. Da sind wir natürlich unglaublich dankbar, dass die Inside Beauty da auch auf uns aufmerksam geworden ist. Und das bedeutet natürlich auch einen absoluten Ritterschlag für uns. Ja, man sagt sogar schon unter der Hand, wir sind der Star in der Naturkosmetik mit Hans und Heidi. Und das haben wir natürlich auch euch zu verdanken. Und an der Stelle möchte ich einfach mal ein herzliches Danke sagen an all unsere Partner und Hans- und Heidi-Fans da draußen. Wie ist es soweit? Schnappt euch alle ein Glas Champagner? Denn jetzt wird's glämmy! Seit über zwei Jahren sind wir an der Entwicklung an einem ganz speziellen Produkt, das sich reinreiht in die Multifunktionalität der Hans- und Heidi-Produkte. Auf der einen Seite mit all unseren guten Inhaltsstoffen, die ihr gehört habt. Auf der anderen Seite steht der Sommer vor der Türe. Wir neigen dazu, länger in der Sonne zu bleiben und wünschen uns doch so sehr neben all den Antioxidantien, bitteschön doch am besten einen hohen Lichtschutzfaktor, der uns auch nach längerem Schillen in der Sonne mit gutem Gewissen optimalen Schutz schenkt und wir dabei möglichst lange natürlich fresh, glemmy und glowy aussehen lässt. Selbst dann, wenn wir mal ins Wasser hüpfen und Kopf untertauchen, oder? Also, dann sag ich Cheers und Film ab! Und dann, wenn wir mal ins Wasser hüpfen, wenn wir mal ins Wasser hüpfen, und dann, wenn wir mal ins Wasser hüpfen, wenn wir mal ins Wasser hüpfen, und dann, wenn wir mal ins Wasser hüpfen, wenn wir mal ins Wasser hüpfen, oder – ihr habt schon so lange darauf gewartet, ich weiß es und ich selbst auch, aber wie gesagt, es war nicht einfach, weil es sollte ja natürlich sein, ja, wir basieren auf einem natürlichen Lichtschutzfilter. Mit Glamorize setzt ihr euch ins Zähne und lasst die Haut erstrahlen, mit Anmut, Selbstvertrauen und einem natürlichen Glow. Das ist das, was wir alle wollen. Aber welche Benefits hat Glamorize? Da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Glamorize schützt die Haut zum einen durch unsere bekannte SNA-Blend, unsere Antioxidant-Blend vor Infrarot und Blaulichtstrahlung, Pollution plus jetzt neu mit einem mineralischen Filter basierend auf Zinkoxid von UVA- und UVB-Strahlung mit einem Lichtschutzfaktor von 30. Es ist eine getönte Multitasking-Tagesschutzpflege, die das Auftreten von feinen Linien und Unebenheit minimiert und gleichzeitig auch die Elastizität der Haut stärkt. Das heißt, es ist eine getönte Tagesschutzpflege mit einem Lichtschutzfaktor 30, der die Haut natürlich strahlen lässt und die Haut natürlich ausgleicht. Das Ergebnis ist eine ebenmäßige, frische und strahlende Haut. Das ist für alle Hauttypen multifunktional. Wir haben leichte Öle drin. Selbst eine Mischhautentenz ölig kommt wunderbar damit klar. Es gibt zwei Farbtöne, Nude-Glow und Bronze-Glow. Und hier ist die Idee, dass man diese beiden Farbtöne mixen und matchen kann. Gleichzeitig natürlich auch durch das Zinkoxid, das ist unser mineralischer Filter, weil es ist klar, wir dürfen natürlich nicht mit synthetischen Filtern gehen. Die stehen ja auch im Verdacht, in den Organismus zu gehen und eben Allergien hervorzurufen. So haben wir uns für diesen natürlichen mineralischen Filter basierend auf Zinkoxid entschieden. Und da war es halt wirklich so, dass die Challenge war, dass Zink, ihr kennt das vielleicht alle, wenn ihr eine Sonnencreme kauft, die basiert ist auf Zink oder Titandioxid, dann ist es so ein Weißelding. Das verschmilzt nicht mit der Haut, das lässt sich nicht toll verteilen. Und hier war wirklich die Herausforderung, das so ohne Nanotechnologie so klein hinzubekommen. Das ist eine spezielle Maltechnik, die dahinter steht, dass sich das mit den natürlichen Pigmenten wunderbar verbindet und dementsprechend auch beim Auftragen verteilen lässt. Da spielt ganz viel eine Rolle, zum Beispiel die richtigen Öle zu haben, die richtigen Konzentrationen an Inhaltsstoffe, damit sich das toll verbindet, damit das sich nicht absetzt und so weiter und so fort. Also es war wirklich, wirklich schwierig. Aber wir haben es toll hinbekommen und ja, auch trotz der vielen tollen Inhaltsstoffe, die ja auch Hans und Heidi wirklich besonders machen, ja, der qualitativen, hochwertigen Inhaltsstoffe, die wir hier auch enthalten haben. Ähnlich natürlich auch wie der Energize von den Wirkstoffen her. Wie kann man sie beschreiben? Es gibt es nicht, es ist eigentlich komplett eine eigenständige Multitasking-Tagesschutzpflege, die getönt ist, ja, die in die Make-up-Richtung geht, die gleichzeitig sich nicht absetzt, die in den Fällchen auch eine etwas anspruchsvollere Haut, die einfach sagt, oh mein, egal was ich nehme, das setze ich alles ab, das hält nicht lang, ja, das passiert hier nicht. Das weiß halt so fein ist und natürlich auch die verschiedenen Hyaluronsäuren drin hat, wie ein Hyaluron-Komplex, ja, der in die Tiefe geht, aber auch der 72-Stunden-Feuchtigkeitskomplex, der das Ganze ganz sanft verteilen lässt, ohne die Haut auszutrocknen. Ja, das haben wir auch in anderen Produkten drin, sodass man kein Spannungsgefühl hat. Also selbst auch die anspruchsvolle, trockene Haut hat kein Spannungsgefühl. Wichtig ist nur, dass man das nicht unbedingt als Ersatz nimmt, sondern dass man erst die Tagespflege nimmt, ja, bei einer trockenen Haut, die Arise, und dann Glamorize noch zum Schluss oben drüber, ja. Also die Reihenfolge wäre dann quasi nach der Reinigung, nach dem Softener, kommt Boost, ganz dünn aufgetragen, die Augenpflege, und dann kommt die Tagespflege, ja, bei einer normalen bis Mischhaut, die Energize, die Emulsion, die ist etwas leichter von Ölen her, und bei der trockene Haut, die Arise, die ist etwas reichhaltiger. Und wenn die dann eingezogen ist, so nach einer Minute, dann könnt ihr Glamorize auftragen. Ja, zu den Innenstoffen hier, ich habe schon erwähnt, es ist Zinkoxid drin hauptsächlich, Titaniumdioxid in den Partikeln, als kleiner Anteil, ja, in den Farbpigmenten. Unser Edelweiß, unsere Stammzellen aus der Schneealge, unser 72-Stunden-Feuchtigkeitskomplex, Höhle-Olicode, Antifalten-Peptid-Komplex haben wir sogar drin, das Astaxantin, was 6000 Mal stärker ist als reines Vitamin C, und die Haut somit optimal schützt, ja, InfraGuard, Olivenöl, Avocadoöl, Aprikosenöl. Und das, diese Öle in Kombination, das ist dieses Wunderbare, was für jeden Hauttyp geeignet ist, was nicht fettend ist, was leicht einfach ist vom Öl her, was sich toll verbindet mit Pigmente, und was gleichzeitig die Haut glättet, ja, damit sich die Pigmente nicht absetzen. Das heißt, du hast diesen wundervollen, styligen Glow, wir haben Bisabolol mit drin hier, was auch hautberuhigend ist, entzündungshemmend ist, zusätzlich Rosmarin, antibakteriell ausgleichend, auch bei fettiger Haut, ja, also hier seht ihr, wir haben wieder die Inhaltsstoffe so zusammengestellt, dass wir wirklich auch diese Multifunktionalität für jeden Hauttyp wieder in Anspruch nehmen, ja. Und dann halt, ich sag mal, bei einer trockenen Haut eben die Tagespflege drunter nehmen. Wir haben natürlich hier Pigmente drin für die Farb- und Glowgebung, auf der einen Seite diese schimmernden Pigmente, und auf der anderen Seite das Karamell und noch einen anderen Ton, der halt eben diesen Natural Glow macht und sehr hautidentisch ist. Also das heißt, von den Tönen her haben wir sie so gewählt, dass man einen Bronze Glow hat, so einen Sun-Kissed-Touch, ja, vom Farbton her, der sich aber nach zehn Minuten auch jedem Hautton nochmal anpasst, zusätzlich, nach zehn Minuten. Dann verändert sich das nochmal, ja. Von der Anwendung, das habe ich gerade gesagt, bei der Mischhaut empfehle ich, dass wir, dass man da die Energize drunter gibt, ja, weil die ja auch ausgleichend ist, beruhigend ist, also selbst auch bei einer empfindlichen Haut würde ich die Energize, die Emulsion drunter geben und dann das Glamorize drüber. Wenn wir jetzt, oder wenn ihr jetzt jemanden habt, der eine ganz ölige Haut hat, ja, wie die wirklich zu ackeln, die sehr viel Überschuss an Talg produziert, dann kann man Glamorize auch alleine nehmen, ja, aber nur in dem Fall würde ich das dann empfehlen, bei einer ganz öligen Haut. Ja, und von der Anwendung her ist es wirklich so, man kann es mixen und matchen. Es gibt ja die beiden Farbtöne, ein etwas hellerer Nude Glow und Bronze Glow, ja. Hier zur Einführung im Duo und hier gibt man einfach, ich demonstriere das jetzt gerade mal so ein bisschen, ja. Beide Töne auf den Handrücken und dann kann man quasi mit dem Pinsel anfangen, das Ganze zu mischen, ja. Also ich persönlich brauche den Medium-Ton, der Dunkle ist mir ein bisschen zu dunkel, da kann ich dann zum Beispiel den für die Kontur nehmen und die Mischung, die ich jetzt gemacht habe, für das ganze Gesicht und gehe dann nochmal um die Partien, zum Beispiel Nase, Kinn und Stirn hervorzuheben. In dem Moment, wo ich es hervorhebe, als ein Contouring mache, wirkt das Gesicht natürlich optisch viel weicher, viel jugendlicher, ja. Auch die dunklen Konturen lassen das Gesicht etwas schmaler aussehen. Also man kann hier durch Contouring oder eben durch Mix und Match aufs ganze Gesicht sehr spielerisch rangehen, ja. Und ich trage es mal auf, mit kreisenden Bewegungen und mit dem Pinsel, jetzt mal jetzt einfach drüber, ich habe es ja schon braucht. Wir machen da auch das ein oder andere Video dazu, ne. Einfach über das Gesicht gehen, gleichmäßig verteilen. Und dann zum Schluss nochmal mit dem helleren Ton, quasi um die mittlere Partie optisch hervorzuheben. Gerade nochmal so ein bisschen auf die Stirn, auf die Nase und das Kinn und hier die Wangenknochen, ja. Ja, und schon kann ich durchstarten in den Tag, ja. Oder am Abend nochmal kurz drüber gehen, einfach nochmal, ja, nochmal nachlegen. Ja, super, Audrey. Ich meine, jetzt hast du mal unglaublich viel wieder erklärt. Wir stellen natürlich auch die Sachen zur Verfügung dann, dass ihr die Informationen habt, wenn ihr dann Fragen dazu habt. Du hast das jetzt gerade nochmal gesagt mit der Anwendung. Ich glaube, dieses Contouring, das ist ein großes Thema allgemein, gell. Da wird immer mehr damit gearbeitet, oder? Ja, also Contouring, man kann unglaublich viel optisch verändern mit dem Contouring, ja. Da werden wir das ein oder andere Video dazu noch machen und euch das zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, das ist so ein schönes Produkt, das lässt so viel Spielraum zur eigenen Kreativität. Man kann da unglaublich viel ausprobieren, selbst. Also, ihr könnt euch wirklich freuen, das macht unglaublich viel Spaß und die Effekte, die man dann erlebt, ja. Wir haben es auch erleben dürfen, direkt nach dem Launch. Da komme ich gleich noch zu. Die sind echt spannend, das macht einfach Spaß. Das ist ein richtiges Bauprodukt, was wirklich Fun macht und der Kreativität keine Grenzen lässt, ja. Ich sehe das auch so auf Social Media, was ihr alles machen könnt, Anwendungsvideos vorher, nachher. Und wir haben auch in der Nacht noch an unserem Launch, haben wir die Produkte angewendet, hat unglaublich viel Spaß. Das ging schon wieder ein Stück weiter, gell, und wir, genau. Wir haben ja, das war ja eine Überraschung eigentlich, da haben wir wirklich, das haben wir gar nicht geplant gehabt, aber weil wir natürlich so begeistert waren, auch von dem ganzen Feedback auf dein Part und dann auch auf die neuen Produkte. Da haben wir dann auch natürlich Damen bei uns gehabt im Event-Quarter und haben dann, du hast dann tatsächlich sofort als, ja, kann man sagen als Überraschung, nach Mitternacht eine eigene Session gemacht und hast Glamorize getestet mit den Damen, ja. Die haben wir ja heute auch da, ne, liebe Frau Dirk? Genau, genau. Und zwar haben wir heute da die liebe Brit und die Xenia, die ja gleich nach dem Event ihre ersten Erfahrungen mit Hans und Heidi machen durften und so was von begeistert waren. Ich glaube, es war nachts um eins, ja, wir hatten so viel Spaß in dieser Anwendungssession und die waren ganz heiß, jetzt wollen wir das Produkt, wir wollen es sehen, wir wollen es fühlen, wir wollen vorher, nachher sehen. Und das war wirklich, wirklich toll, eine riesen, riesen Begeisterung und wir haben gemixt und gematcht, was das Zeug hält, haben wir Contouring gemacht, um Bereiche eben zu schattieren, Partien hervorzunehmen, die das Licht einfangen und die Reflexion und, ja, und hier ist der Bildschirm angehört, ja, ne? Ja, man sieht es jetzt gut, jetzt ist es gut, ja? Ja, genau. Und ihr seht hier, wir hatten unglaublich viel Spaß. Genau. Das ist jetzt die liebe Brit, die die Anwendung bekommt und ihr seht, wir haben ganz bewusst die linke Hälfte gemacht, ja? Nur auf der linke Hälfte aufgetragen. Es gibt sogar ganz schöne Fotos, wo man dann links und rechts hat, gell? Im Facebook habe ich die gesehen. Ja, die kommen noch, genau. Also hier, das war dann quasi das Endresultat, da hatten wir es dann aufs ganze Gesicht bei Brit und auch bei Xenia. Ja, schaut mal, wie die Xenia strahlt. Und hier sieht man noch mal sehr schön die eine Gesichtshälfte, ihr seht hier, links, Glamorize, ja? Und hier auf der rechten Seite, ohne, ich weiß gar nicht, ob es den Make-up drauf hatte oder Tagesbetöne, Tagespflege, das weiß ich gar nicht, wird es uns gleich erzählen, die liebe Brit. Aber es ist Wahnsinn, oder? Der Unterschied, ne? Und das Schöne ist, man sieht es auch hier, wir haben das Highlight gesetzt, so wie ich es gerade gezeigt habe, Stirnbereich, Nase und untere Kinnpartie, ja? Und den dunkleren Ton, also den dunkleren Ton, den Bronzenton quasi hineingemischt, so seitlich, ja? So, so hineingemischt. Weil sie ja doch sehr vorgebräunt war und da haben wir sofort gesehen, okay, wir müssen ein bisschen in den dunkleren Bereich gehen und haben zum Schluss nochmal mit dem hellen Bereich einfach die mittlere Partie. Es ist ja so, Audrey, gerade wenn man in den Sommer reinkommt und die Sonne mit dazu kommt, dann verändert sich ja trotzdem auch wieder durchs Licht und natürlich auch durch die Sonne. Man hat einen anderen Tag, ja? Man hat über das Jahr ja verschiedene Nuancen, die man braucht. Deswegen auch das Mix and Match, dass man immer genau den Ton trifft, ne? Genau, genau, genau. Eben. Und ja, vielleicht hören wir doch einfach mal die liebe Brit und die Xenia. Vielleicht fangen wir mal mit der Brit an. Mach deinen Ritz und vielleicht kurz aus, dann können wir die Damen gut sehen, ja? Ja, genau. Ja, dann stoppen. Okay. Super. So, ja, erzähl doch mal, liebe Brit, fangen wir mal mit dir an, über deine Begeisterung von Hans und Heidi zu Glamorize. Wie war das für dich so nach dem Auftragen? Und ja, haben wir euch da noch die ersten Produkte mitgegeben, damit ihr natürlich auch uns die Erfahrung erzählt und nochmal mitteilt. Liebe Brit? Ja, hallo. Hallo, Menander. Hallo, grüß dich. Grüß dich, hallo. Natürlich war das immer, war das ganz aufregend an diesem Abend und ich war auch geschminkt mit getönter Tagescreme und wie ihr seht, ist es natürlich, wo man sagt, jetzt bräuchte ich eigentlich schon wieder, ich muss wieder nachschminken oder sonst irgendwas und dann nochmal den Effekt zu sehen mit Autrys, Glamorize, also das war Wahnsinn. Die Haut, nach Minuten war das dann so wie ein Ton und du sagst einfach nur, ich habe das Gefühl, ja, glamourös aus. Also es war für mich sehr, sehr spannend, das zu erleben. Und ich habe kein Spannungsgefühl, einfach nur, ja, wie du sagst, es war magisch dann zu sehen, was aus deinem Haut passiert. Man sieht auch, wie schön deckend das ist. Ich glaube, das konnte man auch ganz gut sehen, dass es halt wirklich auch kleine Unebenheit oder Rötungen auch sofort abdeckt, ohne dass es geschminkt aussieht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was es eben einzigartig macht. Und keiner möchte ja unbedingt geschminkt aussehen, ja. Man soll das ja nicht erkennen. Man möchte wirklich natürlich aussehen. Und ich glaube, das konnte man jetzt hier in deinem Fall auch schön sehen, ja. Ja, ich war heute auch, früher habe ich gedacht, okay, ich gehe heute eine Runde laufen, dann probiere es das gleiche mal aus, wie es dann ist, wenn du dann beim Laufen bist. Und habe das dann halt früh aufgetragen. Und ich habe das Gefühl, also kein, dass du danach irgendwie verlaufen ausgeschaut hast, wenn du geschwitzt hast oder sonst was. Danach kam ich rein, guckte mich da an, es war alles noch wie vorher, es war alles noch wunderbar. Und ja, also es war für mich dann auch ein anderes Gefühl mit zum Laufen, wenn man dann schwitzt oder dann auch mal einfach mehr sagt, das müsste ich eigentlich nachpudern. Aber es war nicht der Fall, es war nicht glänzend oder sonst irgendwas, es sah einfach noch toll aus. Wow, super, super. Ich denke auch jetzt gerade im Sommer, wenn wir dann ins Schwimmbad gehen oder, ne, dann hast du auch irgendwie so das Gefühl, du siehst einfach immer cleverer aus, ja. Auch wenn du wirklich dann mal untertauchst, weil durch das Zink, haben wir natürlich, Zink ist wasserabweisend, ja. Und von daher bleibt es halt einfach auch auf der Haut, ja. Sehr schön. Toll, super, freut mich. Vielen Dank. Ihr habt ja heute, ich darf das kurz sagen, ich habe ja heute eure Fotos gesehen. Ihr habt ja heute, glaube ich, die Mütter, die Mütter habt ihr heute, glaube ich, gleich mit Glamorize ein bisschen testen lassen, gell. Ja, meine Mama war auch natürlich, wann kommt denn was Neues, also so eine getönte Tagescreme wäre doch ganz schön. Und ich sage, du Mama, jetzt ist sie da, komm vorbei, wir testen das an dir aus. Und ich habe auch versucht, das so ein bisschen einzufangen. Wir haben keinen Filter drauf gelegt, gar nichts, sondern einfach, wir saßen draußen im Garten, haben die Kamera genommen, auch, wo ich angefangen habe, so die Hälfte zu nehmen. Sie ist doch recht dunkel, weil sie sehr gebräunt ist und ich habe jetzt bei ihr nur dieses Bronze gehabt und dann damit er auch, wie du sagtest, ein bisschen heller dann gemacht. Und ich musste sie dann immer anschauen und ich denke, Mama, bist du es? Oder nach einer Viertelstunde, was passiert? Also sie sah so frisch aus, so, ja, ich will nicht sagen jugendlich, aber doch, ja. Also es war einfach an ihr zu sehen, ich sage, wow. Und die Mama ging hier freudestrahlend raus und sie sagte, wow, wann, 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 wann kommt es denn? Und also es war auch bei ihr wunderbar zu sehen, wie, was, ja, sie war einfach begeistert und ich auch. Und ich musste sie mal anschauen und ich sage, wo gehen wir jetzt noch hin? Ich sage, du, Mama, Disco ist leider nicht. Also von daher müssen wir, ja, wir machen heute Gartenparty. Wisst ihr, was ich jetzt ganz spontan mache? Ich zeige, wenn ich das, wenn das für dich okay ist, darf ich das Bild mal zeigen? Ja, dann würde ich das, würde ich das mal zeigen. Moment, jetzt muss ich wieder schauen, Bildschirm. Teilen, wo ist es, hier? So, seht ihr es? Ja. Na, das ist, also hier links, willst du was zu sagen? Ja, links, sie war jetzt nicht geschminkt, sie hat jetzt bloß die Augen geschminkt gehabt. Ansonsten ist es jetzt ihr normaler Ton, ihr, ja, ihre Bräune. Und ich habe dann eigentlich nur dieses, ähm, dieses Bronzegloss genommen und sie damit, äh, mit dem Pinsel dann, ähm, ja, ähm, aufgetragen, geschminkt. Und, ja, es war einfach danach zu sehen, sie hatte relative Rötungen hier und hat halt dann auch so, so, so braune Sommersprossen. Und es war dann wie weg bei ihr und, und ich habe das Gefühl, wow. Ja, hier sieht man auch mal, gerade hier, diese, diese Rötung, seht ihr das? Ne, wie das verschwunden ist, wie sich das dann anpasst. Das war wahrscheinlich auch so ein paar Minuten später dann, oder? Ja, also wie gesagt, wir hatten es dann ein paar Minuten, ich guckte dann immer so hin und sag, was ist passiert? Und dann hatten wir halt noch so halbe, halbe gemacht eben und, äh, es war einfach, ähm, toll zu sehen. Dann hatten wir sie noch, also ich hatte dann noch Augen-Make-up gemacht bei ihr und also, dass sie so richtig hier rausging und sagt, ich war gerade, keine Ahnung, im Kosmetikstudio und bin, ja, sie ist irgendwie hier raus und hat geschwebt. Ja, super, 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 aber deine Mama hat wirklich gemacht, schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, ja, dass du das mit uns geteilt hast und dann, ähm, ja, weiterhin Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, es war ein tolles Erlebnis, danke. Sehr gerne, freut mich. Okay, dann, ähm, viel Spaß noch und dann fragen wir doch mal die liebe Xenia. Xenia, wo bist du? Hallo, wie geht's dir? Hallo, grüß dich, hi, hi. Hallo, wie geht's dir? Gut, gut, geht's mir. Sie splenden aus? Danke, danke. Ich bin verpflichtet. Erzähl doch mal deine Erfahrungen, wie war das so mit Glamour Eyes? Ihr durftet es ja mit nach Hause nehmen. Also ich war schon, ich war schon in der Nacht sehr begeistert, ähm, vor allem, ich glaube, so fünf Minuten danach. Du hast mich ja zuerst geschminkt und hast dann die, hast dann die Brit geschminkt und in der Zeit konnte das bei mir einwirken und dann habe ich mich nochmal angeguckt und habe gedacht, das ist anders gewesen als direkt nach dem Schminken, ja. Das hat sich irgendwie verändert und ich bin so ein Typ, ich schminke mich nicht wirklich sehr stark. Klar, ich benutze schon so Wimperntusche, aber ich bin jetzt nicht so auffallend geschminkt und ich mag das eigentlich auch ganz gerne, wenn es so ein bisschen Nude-Style ist und wenn es, ja, ein bisschen in die natürliche Richtung geht. Und das, was du vorhin gesagt hast, dass du oft Fehlkäufe gemacht hast, dass es der falsche Ton war, das ist mir schon ganz oft passiert, dass ich dann irgendwie völlig viel zu dunkel geschminkt war oder zu hell oder was auch immer. Und was mir auch oft passiert ist, dass es dann so abgebröckelt ist, gerade jetzt in der Zeit, in der ich Hans und Heidi benutzt habe in der Tagespflege und dann aber was anderes als getönte Tagescreme drüber genommen habe, eine andere Marke, dann hat es irgendwie nicht richtig funktioniert und es fing immer an, ja, so abzuperlen, abzupröckeln, hat sich abgesetzt und am Ende habe ich dann wieder abgemacht. Also ich war immer sehr unglücklich damit und jetzt muss ich sagen, ich war gestern früh, habe ich mich geschminkt, also habe die Glamorize benutzt und bin nachmittags um, ich glaube um sechs, bin ich zum Tennis und ich habe mich nicht zwischendurch nochmal geschminkt und bin direkt angesprochen worden von meinen Tennispartnerinnen, die haben mich schon so empfangen, so, puh, was ist mit dir los und ich wusste gar nicht, was sie meinen und dann sagt sie, du siehst halt so anders aus und scheinbar hat man das wirklich noch gesehen, so viele Stunden später. Ja, ja. Also ich bin sehr happy, ich finde es ganz toll, ich finde es hat so einen leichten Glow, so wie es ja auch beschrieben ist und es ist sehr ebenmäßig, sehr natürlich finde ich es und ich spüre, dass die Haut Feuchtigkeit hat, also wenn ich es so drauf fasse, es ist überhaupt nicht trocken, was ja auch ganz oft ist bei so Make-up oder getönten Tagesfragen. Genau, durch die Inhaltsstoffe, ja. Sehr schön, sehr schön, toll, das freut mich, siehst du auch ganz toll aus und strahlt. Oh, richtig Chloe und Clammy. Super, sehr schön. Danke für euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Großartig. Danke dir, liebe Xenia. Toll. Gut. Ja, super, also dann haben wir hier schon mal zwei Happy Users, ja, die haben ja wirklich das dann auch als Geschenk bekommen, weil sie uns besucht haben und wir sind natürlich drauf und dran und arbeiten mit voller Kraft, dass ihr auch so schnell wie möglich eure Produkte bekommt, ganz logisch, ja, ich weiß, dass ihr alle drauf wartet. Otto, ich glaube, wenn man das Ganze mal anschaut, dieses ganze Thema, sagen wir mal diese Einfachheit, diese Art und Weise, dass man sie sofort besser fühlt, was man ja merkt, auch dieses Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, weil man einfach sich in den Spiegel schaut und sagt, Mensch, ich fühle mich selber auch besser, ja. Ich glaube, das ist ein Riesenmarktpotenzial, oder wie siehst du dieses Glamorize, wenn man das so auf dem Weltmarkt anschaut, ich glaube, es gibt nicht viele vergleichbare Produkte in dieser Art, oder? Nee, gibt es definitiv nicht und ich habe ja, wie gesagt, alles aufgekauft, was natürlich ist, um Vergleiche zu haben und zu schauen und wie machen die anderen das, die da schon auf dem Markt sind, ja. Da gibt es ja nicht so viele Nischenbrands, ja, die made without sind, all dem, das, was die Haut unnötig belastet. Und von daher kann man wirklich sagen, dass wir wirklich mit Glamorize wirklich was Einzigartiges geschaffen haben. Ohne Silikon, ohne synthetische Filter, ohne Mineralöl, ohne Mikroplastik und so weiter und so fort, um die Marke wirklich auf ihrem Weg auch als, ja, als Worldclass-Brand noch stärker positionieren zu können. Und es geht schon damit los, dass die Medien uns gerade wieder mal überrollen, ja. Die wollen alle über Glamorize berichten, weil sie sagen, das hört sich so spannend an, das ist der, allein der Name ist schon wieder so cool und so spannend und so charmant, dass sie einfach mehr darüber erfahren wollen, ja. Und ja, wir werden von unserer Seite auch starke Kampagnen fahren. Wir haben ja schon angefangen, um Glamorize wirklich gemeinsam mit euch in die Welt zu tragen. Und wir sehen hier ein riesen Marktpotenzial. Das heißt, mit Glamorize könnt ihr tatsächlich neue Zielgruppen ansprechen. Ich sehe Glamorize auch als Türöffner, ja, zu den weiteren Hans und Heidi Produkten, weil es eben ein Produkt ist mit dem sofortigen Effekt. Ihr habt es gesehen, man macht eine Gesichtshälfte und du hast sofort, wow, toll, haben wollen, ja. Und das Ganze, wenn du dann wirklich noch weißt, hey, das ist mit so viel Sorgfalt, mit so viel Liebe und mit so viel qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffe entwickelt worden, dann sagst du einfach, hey, das ist einfach ein Produkt, das brauche ich, das bin ich mir wert, ja. Und das Ganze natürlich auch noch 100% Swiss Made, top Preisleistung. Hier haben wir auch geschaut, dass das Produkt nicht zu teuer wird, ja, sodass man wirklich sagt, hey, das passt einfach alles, ja. Und mein Tipp ist nochmal, das ist ein Produkt, das hat unbegrenzte Möglichkeiten, ja, das natürlich auch zu präsentieren. Hier kann man Glamorize-Events machen, Partys machen mit Anwendung, Vorher-Nachher-Effekt, ja. All diese Dinge, also ich glaube, da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich habe auch tausend Ideen, was man machen kann. Ich muss sich schauen, ja, man muss sich wirklich priorisieren und gucken und ich glaube, gemeinsam können wir da wirklich viel machen und viel voneinander lernen. Und ja, ich verspreche das Produkt. Ich habe wirklich auch gesehen, wenn man es selbst, wenn man es nur auf den Handrücken drauf tut, ja, also die Männer, die das vielleicht einer Dame zeigen, da ist es echt schon mal ausreichend an der Hand, das anzuschauen, ja. Die Hand vorher, ich habe mal meine Hand vorher fotografiert und habe dann einfach ein bisschen von dem Glamorize drauf in den zwei Farbtönen, ja. Und das hat komplett anders ausgesehen, ja. Man hat ja doch eben, auch gewisse so Flecken drauf und von der Sonne und so Sachen. Und es war natürlich sofort, ja, sieht einfach attraktiver aus, sofort die Haut, ja. Ja, Ordi, du siehst, wir haben schon wieder fast eine dreiviertel Stunde geschafft, die Zeit rennt. Was hast du vielleicht noch so als letzte Message für unsere Gäste, wenn wir dich heute schon da haben, so vielleicht als letztes Schlusswort? Ja, ich bin ganz, ganz gespannt, wenn das Produkt dann zu euch nach Hause kommt, auf eure Erfahrungen, ja, auf eure vielen vorher Nachherfotos, auf cleverer Events, Partys, wie auch immer. Man kann ja, wie gesagt, schon unglaublich viel machen und wünsche euch, ja, viel, viel Freude beim Mixen und beim Matchen, beim Ausprobieren, vielleicht auch beim Gegenseitigen als Couple. Ihr legt ja auch zusammen die Masken auf, vielleicht macht ihr auch mal zusammen ein Mixen-Match-Make-Up-Session, keine Ahnung, ja, warum nicht? Und, ja, ich bin gespannt auf euer Feedback und auf die Ergebnisse und bleibt mir einfach nur zu sagen, hey, habt viel, viel Fun. Alle Produkte haben natürlich oder zielen darauf ab, dass sie Spaß machen, dass sie einen Wow-Effekt hervorrufen. Das wünsche ich euch, ja, dass ihr ganz viele Wow-Effekte bekommt und dann kommt natürlich automatisch auch das Erfolgserlebnis, das ist ja ganz klar. Und, ja, let's clam up our skin mit Glamorize und herzlichen Dank an euch. Schön, dass ihr alle heute am Feiertag dabei wart und, ja, alles Liebe, Matschlauch. Liebe Orde, herzlichen Dank an dich für deinen ganzen Input wieder und kann mich bei euch natürlich nochmal bedanken. Muss auch nochmal sagen, also ich glaube, wir haben da für dieses Produkt auch, obwohl es sowas Besonderes ist und so aufwendig war, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und wir können damit unglaublich viel machen, wie es die Orde schon gesagt hat. Das ist ein Do-Obener und es ist was ganz Besonderes. Also, freut euch drauf und herzlichen Dank, dass ihr da wart, alle zusammen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel, viel Erfolg in den nächsten Tagen und Wochen. Danke, wir sehen ja nochmal. Danke, wir freuen uns. Tschüss. Danke, schönen Abend noch. Danke, tschau. Tschau. Tschüss. Tschüss, tschau, tschau. Tschau.